Was klingt wie der Titel eines kitschigen Hollywood-Musicals, ist tatsächlich so etwas wie der Beginn der Liebesgeschichte von DSDS-Sieger Luca Henni, 29, und Christina Luft, 33. 2020 lernten sich die Profitänzerin und der Popstar bei Let's Dance kennen. Woche für Woche knisterte es mehr, und tatsächlich verliebten sich beide ineinander. 2022 folgte die Verlobung, im August dieses Jahres wurde geheiratet. Und jetzt, nur wenige Monate nach der Traumhochzeit. Gibt es wieder gute Neuigkeiten? Die kündigte Christina in ihren Storys so an, wir haben euch da mal was zu erzählen. Die Auflösung, Luca und Christina erwarten ihr erstes Baby. Auf Instagram postete das Traumpaar jetzt drei zauberhafte Fotos, auf denen Christina mit einer kleinen Babymurmel zu sehen ist. Die Tänzerin trägt ein kurzes, weißes T-Shirt, natürlich babybauchfrei. Den Reißverschluss ihrer Jeans hat sie geöffnet. Kein Wunder. Die dürfte bei dieser süßen Minikugel auch langsam etwas eng geworden sein. Und Luca, der ist ganz hingerissen von seiner Christina, strahlt sie an und macht Fotos vom Bauch. Zu den Schnappschüssen schreibt das Paar den Hashtag Hashtag Babyloading. Was so viel bedeutet, wie Baby lädt und postet ein weißes Herz-Emoji, eine Sandtour und eine kleine Milchflasche dazu. Im wievielten Monat Christina isst und ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, verraten die beiden nicht. Die Fans freuen sich über die drolligen News. Aktuell hat der Fotoslide rund 165.000 Likes und über 7.000 Kommentare. Und natürlich sind auch jede Menge prominenter Gratulanten dabei. Food Influencer Stefano Zarella, 33, beglückwunsch die werdenden Eltern mit einem fetten Glückwunsch, und auch Eveli Bordecki, 35, gratuliert. Viele der Let's Dance Stars sind ebenfalls im Babyfieber. Juro Joachim Jambi, 59, begeistert. Wie toll. Herzlichen Glückwunsch. Es wird alles wunderbar. Tänzerin Katrin Menzinger, 35, awwwwww. Mein Herz hüpft vor Freude. Can't wait to meet Baby Henni. Und Zuschauerliebling Mozi Mabuse, 42, findet. Lasst die Babysaison weitergehen. Auch diese Profitänzerin ist schwanger. Was die Jurorin damit meint? Es ist schon die zweite, Let's Dance, Schwangerschaft in diesem Jahr. Auch Christinas Kollegen Renata Lusin, 36, und ihr Mann Valentin Lusin, 36, erwarten Nachwuchs, verkündeteten Anfang Dezember. Es wird ein Mädchen, wundervolle Nachrichten für Renata. Die Tänzerin hat eine schmerzvolle Zeit hinter sich. In zwei Jahren musste die 36-Jährige drei Fehlgeburten verarbeiten, die letzte erst im März dieses Jahres. Jetzt bekommt der schmerzvolle Frühlingsmonat eine ganz neue Bedeutung. In dem Monat soll nämlich unser Kind geboren werden, sagt Renata stolz und überglücklich. Natürlich lässt sie es nicht nehmen, die Schwangerschaft von Christina und Luca zu kommentieren. Auf Instagram schreibt sie gerührt. Das schönste Geschenk im Leben. Herzlichen Glückwunsch. Da steht doch die nächste Generation kleiner, Let's Dance, Stars schon in den Startlöchern. Das ist nicht mehr so, dass ich 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 mich mehr so, dass ich nicht 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 mehr so